bei odin männer des nordens und willkommen bei einem neuen video heute ein neues stück stahl ein messerchen der firma böcker und zwar aus der plus serie und jetzt werdet ihr gleich feststellen so sieht das geschmeidige teilchen aus packen erstmal erstmal alles auspacken hier so braucht kein mensch ja okay so keine gescheide passende halterung okay kiste okay und jetzt kommen wir wie gesagt keine gescheide fangen wir da an okay nichts besonderes aber okay kann man sich darauf verlassen schrauben sind hier dran gürtelhalter und vom böcker okay kann man auch lassen so kommen wir zu diesem schönen stück und ja wer sich ein bisschen auskennt weiß jetzt auch schon worum es geht böcker plus habe ich gesagt die serie aber design mäßig ganz ganz eindeutig mit guards messer also design ist von mit guards messer und es heißt little dwalin das messer das ist relativ relativ klein schöne feststehende klinge man sieht also unverkennbar genial wirklich 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 schön die finger die daumenauflage einfach fantastisch sieht super aus es heißt little dwalin so fangen wir vorne an walien war ein zwerg und zwar hat dieser zwerg laut mythologie ein halsband oder eine kette für die germanische liebesgöttin freya geschmiedet so und ja little dwalin der kleine zwerg so klein finde ich das messer gar nicht liegt super 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 angenehm in der hand mit dieser daumenauflage die die ist einfach fantastisch lässt sich super greifen hier auf der seite haben wir auch noch mal das mit guards logo ja die zwei stahl griff schalen aus g10 wobei ich sagen muss man kann sich soweit ich weiß auch diese griff schalen wenn man im besitz eines 3d druckers ist sich diese griff schalen auch nachdrucken dann gibt es irgendwie entweder kann man die beim mit guards messer oder bei böcker dann runterladen das funktioniert aber auf jeden fall dann kann man die griff schalen in anderen farben oder sonst was sich ausdrucken ja so das design oder beziehungsweise wie gesagt mit guard messer der herr hofmeister durch hofmeister ist da also wie gesagt diese messer sind unverkennbar ich habe ich bin immer auf der seite am rumlungern ich bin doch ja ständig trinken habe auch schon ein zwei messer der firma mit guards und bin eigentlich großer fan davon weil design gefällt mir einfach muss ich sagen wie das sind wirklich nicht diese diese sondern massive massive fette teilchen wo man auch was in hand hat wo man weiß okay hier das funktioniert was soll ich jetzt sagen als ein feststehendes messer man sieht keine scheide sitzt wunderbar da wackelt nichts da fällt nichts raus da kann gar nichts passieren so die gesamtlänge sind 16,6 cm und wir haben eine reine klingenlänge von 8 cm so die klingenstärke hier am rücken und das ist das was ich immer so genial finde full tank bauweise wie man sieht also die teile sind einfach robust wikingermesser halt genau so da kann man im prinzip nicht viel verkehrt machen so man hat dieses messer in der hand und merkt direkt okay ja das ist sein geld wert gewesen auf jeden fall wir haben 5,7 mm klingenrücken was schon der wahnsinn ist klingenmaterial wie gesagt d2 stahl wo es überhaupt nichts auszusetzen gibt griffe in g10 aber auch nach druckbar sozusagen oder auch nach zu kaufen ist kein problem ja und preistechnisch und jetzt kommt der absolute burner preistechnisch liegen wir hier zwischen 60 und 70 euro und da kann man wirklich überhaupt nicht meckern ja da muss ich sagen da stimmt wirklich da stimmt die qualität da stimmt das design ich finde ich finde diese diese jimping hier diese diese zusätzlichen kleinen übrigens einfach genial also auch wenn man jetzt hier mal ein stückchen holz holt ja und das ist das richtig schön flöckchen machen geht alles papier schneitest eigentlich unnötig aber ich bin es trotzdem warum ganz einfach da haben wir es und jetzt vom holz also ich setze mich jetzt hin das mache ich den rest des abends da ist einfach einfach zu schön vorne mit der schrägen auch genial also klein holz klein papier machen macht richtig spaß damit die klinge ist beschichtet sieht super aus ganz tolles teil mit der klingen länge einfach paragraf 42 konform festgehende messer unter 12 zentimeter klingen länge frei zu tragen am gürtel passt alles passt alles und wie gesagt hier sieht man auch im gesamten wenn man sich das messer anguckt die verarbeitung ist einfach super einfach genial sieht richtig gut aus da stehen keine ecken raus da ist alles schön sauber verarbeitet schärfe hat man gerade gesehen absolut brutal und wie gesagt für den preis also im moment bei bürger selber gucke ich gerade 63 95 kann man sich das teil direkt bei bürger bestellen kann man gar nichts verkehrt machen top absolut genial und ich habe auch noch ein anderes teilchen von midgards bekommen bestellt jetzt da und das machen wir dann aber in einem separaten video da freue ich mich auch schon drauf ja dann würde ich sagen halt die ohren steif wir sehen uns in walhalla bis die tage tschau